hallo und herzlich willkommen ich bin laut und begrüße euch wieder bei metro exodus wir sind hier am generator der braucht benzin und das benzin müssen wir uns jetzt holen und zwar glaube ich war da oben noch und kann im kanister den wir uns nehmen und damit quasi den generator auffüllen können genau hier ist er ja wohl den nimm uns mit jawohl da ist noch was drin perfekter mundo ja man nämlich vorher haben wir jetzt vergessen gehabt und dann müssen wir im prinzip jetzt den generator anschmeißen beziehungsweise mit benzin befüllen man kennt es aus days gone so genau und dann müsste sich auch das tor öffnen so kam wir müssen sich wieder ich glaube die folgen einem ähnlich hoch und daher lassen wir die einfach mal da unten man merkt es tut sich direkt was und jetzt genau auf jeden fall das tor öffnen was sehr schön ist so es war einfach nur sprit einfach nur sprit so ok oh man so jetzt haben wir mal wieder ein paar sachen hier ein wir sagen hier seine werkbank ist gut perfekt ist es sogar so spritzen auffüllen filter war auch bitter nötig so so oh ja sehr schön ok got it so alles klar ok ok hier müssen wir die treppe hoch dann dürfte das eigentlich schon passen so ok hier müssen wir durch wahrscheinlich und wie ist die auf jawohl sehr schön das alles man rate ok das hört sich nicht so gut an tatsächlich so hier speichert schon mal das schon mal viel wert würde ich sagen würde ich sagen okay wir müssen glaube ich hier die leiter hoch ok alioschka immer wieder über den funk das schon mal gut vielleicht ist er ja hier jawohl verdammt du lebst was bin ich froh dich zu sehen und ich habe gerade die aurora erreichen können sie sind besorgt das verstehe ich auch das hier ist alles nicht so einfach wie es anfangs schien komm ich zeig dir das mal jo dann zeig mir das mal ja und hörst du den zähler ausschlagen hinter diesem beton befinden sich unmengen radioaktiven sediments und das wird bald das ende dieses tals bedeuten weil der damm kaum noch hält schau durchs fernglas wenn du mir nicht glaubst hier können wir nicht bleiben niemand kann das ehrlich siehst du diese seilrutsche die kinder haben sie gebaut als damals noch nicht so viel durchsickerte da müssen wir hin der alte sagte die aurora wird bald auf dem damm sein wir müssen uns beeilen ich glaube bei der aurora stimmt das nicht also anschauen geht es anderen nicht sehr gut bald werden wir mehr wissen ok na los ja verdammt nur viel dreck oh alter bist du noch da ja wir hatten auch schon das vergnügen und sie ist sehr verständnisvoll hat mir geglaubt als ich sagte wir sagen keine feinde sie war diejenige die mich aus ihrem lager hat gehen lassen liebe auf den ersten blick ich habe euch doch von meiner animalischen anziehungskraft erzählt das ist der beweis ne sie war so bezaubert von mir dass sie mit mir spazieren ging und weißt du das ist für mich etwas neues ich hab mich nur ungern verabschiedet ich hab sie gebeten mit uns zu kommen ich kann die anderen nicht zurücklassen sie ist so stark und jetzt muss ich nur noch an eins denken ich hoffe olga kann die anderen überzeugen zu gehen um dann selbst zu gehen hm maybe ich mag dieses gefühl nicht da zum ich hab da dieses tier gesehen ein bär so groß wie ein verdammtes Haus ok ich glaube ich höre ihn auch ja ich glaube er hat uns gerochen diese Brücke hat schon bessere Zeiten gesehen ich geh mal schnell rüber oder aber nicht fack na toll was jetzt oh nein steckt er fest im ja ja oh 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 okay jetzt battlen wir uns mit dem jetzt battlen wir uns geil ok scheiße und jetzt was haben wir sonst auch gar nichts ne geil krachen ok ichb hoffe nicht sie können wir immer neighbour über so immer schöner bewegung bleiben ja da hat er uns gerade eben gut erwischt das ist nicht die gute taktik die wir da haben oh manne manne mann 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 oh god oh god oh god oh god oh god scheiße und jetzt haben wir geliebt scheiße nun ja danke auch hier haben wir was ja danke nein wie soll man das gemeistert kriegen sagt man das eine macht ja danke so nice jetzt will man auf jeden fall die letzte geben scheiße und jetzt ja danke okay hier hat es auch gut das war es ja danke ist ja mal irgendwann ja gut das war klar ne im ersten tot ne ja 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 und jetzt ok nice sehr schön geil easy würde ich sagen easy was für ein gewaltiges Biest ja absolut hilf mir Artyom das sei muss wieder aus Spannung gebracht werden ok oh die Aurora ok ok wird mich getötet? diese Typen sind dann noch kleine Kinder warum? Antio oh nein oh nein oh scheiße Ayoshka ja fuck alle Mann zur Aurora da geht es gar nicht gut wir müssen los ja die Zeit ist knapp ok kein Problem weder die Luft noch die Medikamente von unterwegs helfen mir noch und jetzt wird auch noch Aljoscha verwundet komm ja fuck you ey fuck you man Fehler geil ja nice ach was Schmerz äh Schmerz ist alle ganz still als die Aurora den vergifteten See entlang fuhr der vom Damm gehalten wurde wir dachten wir würden zurückkommen aber nachdem wir das Damoklesschwert gesehen hatten das über dem Tal schwebte wussten wir dass es nicht sein sollte Aljoscha kann noch immer nicht laufen seit er in den Rücken geschossen wurde der Kummer treibt ihn in den Wahnsinn seine Olga ist dort vielleicht kann er sie per Funk warnen und die Menschen dort retten und was kommt als nächstes? ich habe keine Ahnung aber ich bin bereit für alles alles außer einer Sache Anna bitte halte durch ohne dich habe ich keinen Lebenszweck kein Traum mehr umso mehr weil es dir jetzt gut ginge wenn da nicht mein Traum gewesen wäre genau so weiter geht's diesmal standen wir noch wir haben noch ein bisschen Zeit weißt du weißt du Atiom als ich das Foto des Pazifischen Ozeans fand wusste ich irgendwie dass wir am Ende dort hingehen würden all diese Flüsse Berge und Wüsten all diese Flüsse das ist es einfach nicht entweder Meer oder gar nichts was ich hatte gedacht wir könnten es schaffen ah ja ich weiß ich werde dort hinkommen und wenn ich Hilfe brauche wirst du für mich da sein du wirst mich noch einmal retten nicht wahr Atiom bitte hör auf dich selbst zu quälen es tut schon weh dir zuzusehen dir und Papa auch es ist nicht dein Traum und nicht sein Glaube an die Besatzungsdruppen das ist einfach nur Schicksal ein dummes Stück Stoff im Wind vergammelter Beton ein idiotisches Munitionsdepot oh man naja Hauptsache sie kann sich jetzt ein bisschen beruhigen oh man Hallihallo Hallo kann ich mit dir reden anscheinend nicht ok lass die Arbeit mal für einen Moment sein komm zum Führerstand Stefan, komm zum Führerstand in Ordnung einen Moment komm schon komm schon ich werte mich hier versprochen ich hoffe du kannst mich hören ah da ist er hier wir haben den Damm und das Staubäcken also schon in kontakt auf erhofft dass er sie waren kann kommschon kommschon geht es hier tja wir haben neuigkeiten anscheinend schlechte in letzter zeit gab es nie gute neuigkeiten kein wunder als schicksal los ich denke das wird kein einfaches gespräch ok bis heute haben wir gedacht dass diese aufnahme von nur ein fehler das stimmt laut legende werden zonen in grünschattierungen dargestellt während lila bereiche fehler anzeigen heute habe ich jedoch etwas kleingedrucktes entdeckt die sache ist die strahlungswerte außerhalb des arbeitsbereichs des scanners werden ebenfalls als fehler dargestellt einfacher gesagt die strahlung dort kann auch außerhalb des meistbereichs liegen wir sind über 500 kilometer von novosibirsk entfernt und die strahlung draußen ist fast so hoch wie in moskau die aufnahmen sind 20 jahre alt die strahlung wird heute also nicht mehr so hoch sein aber trotzdem herrscht in novosibirsk sehr wahrscheinlich tödliche strahlung das kann ich dir sagen das ist nicht im sinne des augens wir gehen gemeinsam aber sie ist meine tochter seine frau mein wahn bezüglich der besatzungstruppen hat sie in diesen verdammten bunker getrieben und artyom mit seinem traum er hat uns aus moskau heraus gezählt also sind wir beide schuld trotzdem sind wir da auch wir sind ein team wir sollten alle entsprechend handeln wir sollten alle gehen diskussion beendet dies ist kein einsatz des ordens das ist ein persönliches ding von mir und artyom wir brauchen keine hilfe wir wissen nicht genau wo die medizin lagert sie könnte im stadtzentrum oder in einem der laboren somit könnte anders leben auch in euren händen liegen drittens und letztens wo auch immer wir hingehen der winter kommt und wenn die aurora im schnee stecken bleibt das können wir uns nicht erlauben erinnert er euch was er mal gesagt hat sag es bitte nochmal am stadt befindet sich ein großes eisenbahnmuseum dort können wir sehr wahrscheinlich an den schniefen für die aurora finden eure aufträge sind das durchsuchen der labore von akadem gorotok und das bereit machen der aurora für den winter team bereit machen zum einsatz jawoll außerdem wird ab sofort dauerhaft die strahlung draußen überwacht du machst den anfang jawoll ich denke dass die tödliche für uns eine gute nachricht ist sie meinen weil dann niemand die drogerie und krankenhäuser ausgebaut hat genau im gegensatz zu den städten durch die wir gekommen sind herr oberst herr oberst der aktuelle stadt zu den anzug ja wie sieht es aus ich konnte nur zwei städte herr oberst 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 zeit ich war schon immer der nächsten episode wenn es dann wieder heißt metro exodus seid dann wieder mit dabei und wenn euch diese episode gefallen hat könnt ihr gerne mal leichter lassen können natürlich auch was kommentarisch an und dann sehen wir uns das nächste mal wieder bitte bis dahin macht's gut ciao ciao